34. Spieltag in der Regionalliga West. Der SV Lippstadt empfängt den Tabellenführer Preußenmünster in der heimischen Liebelt-Arena. Wer gedacht hat, dass die Gastgeber den Gästen das Spiel hier überlassen werden, sieht sich von Anfang an getäuscht. Die Sippstädter stören früh, erobern sich die Bälle und kommen so nach 12 Minuten zur ersten Gelegenheit. Karimani aus der zweiten Reihe, aber knapp daneben. Auch Münster von Anfang an im Spiel dabei eine hohe Intensität auf beiden Seiten. So kommt der Ball zu Henoch Teklapp. Der nimmt Tempo auf und dann zieht er mal ab. Und da fehlt nicht viel. Gute Gelegenheit für Münster. Und eben jener Henoch Teklapp macht einfach weiter. Und zwar diesmal als Vorbereiter nach schönem Dribbling für Nikolai Rehnberg. Aber ein Stück zu hoch der Abschluss des Mittelfeldspielers. Dann hat Münster den Ball in der eigenen Defensive. Und jetzt aufgepasst. Der Ball geht zurück zu Marco Delovic, dem Keeper. Der hat sehr viel Zeit, aber er schießt Viktor Mayer ab. Was für ein katastrophaler Aussetzer. 18. Spielminute. 1 zu 0 für Lippstadt durch einen ganz, ganz kuriosen Treffer. Aber Münster macht einfach unbeeindruckt weiter. Langlitz mit der Möglichkeit, aber Balkenhoff ist zur Stelle. Es geht dann hin und her. Lippstadt auch mutig unterwegs, trotz der Führung. Die wollen sie nicht verwalten, sondern ausbauen. Wie man hier beispielsweise sieht. Die Flanke wird aber verpasst in der Mitte. Trotzdem gut gedacht von den Gastgebern. Dann Möglichkeit für Münster. Da ist mal viel Platz. Teklapp legt auf Bindemann und der auf Langlitz. Und der steht frei vor Balkenhoff. Aber der pariert überragend. Riesenchance für Preußen Münster auf den Ausgleich. Aber dann wieder Lippstadt. Es geht die ganze Zeit hin und her. Karimani findet Henry Matta und der macht ein wunderschönes Tor. Henry Matta schlempft den Ball in den Winkel zum Ausgleich. Und anschließend ist Preußen geschockt. Es spielt nur noch Lippstadt. Nächste Gelegenheit. Knapp vorbei. 35. Die Chancen häufen sich. Und es ist immer noch nicht Pause. Münster komplett von der Rolle. Und Lippstadt spielt einfach schönen Fußball. Kombinieren sich. Steilpass in Richtung Viktor Meier. Riesengelegenheit. Aber Dedovic zur Stelle. Mit 2-0 geht es in die Pause. Und da scheint Sascha Hildmann die richtigen Worte zu finden. 54. Minute. Ecke Münster und Ziegele mit dem Anschlusstreffer. Da hat er sich schön freigelaufen. Aber auch Keeper Balkenhoff darf nicht an der Ecke von Luke Hemmerich vorbeifliegen, wenn er rauskommt. Aber auch Lippstadt noch dabei. Distanzschuss von Karimani. Kein Problem allerdings für Dedovic. Anschließend übernimmt Münster vollkommen die Kontrolle. 60. Minute. Schlecht geklärt. Der Ball landet bei Langlitz. Der flankt an den langen Pfosten. Und da kommt Teckl ab eingelaufen. 60. Minute. 2 zu 2. Innerhalb von 5 Minuten. Egalisieren die Preußen den Rückstand. Und die wollen mehr. 84. Minute. Mal wieder eine Ecke. Und da landet der Ball irgendwie bei W-Kampf. Und von da irgendwie im Tor. 84. Minute. Spiel gedreht. Lippstadt am Boden. Münster scheint also doch noch die drei Punkte mitzunehmen. Aber eine Chance hat Lippstadt noch. Der Ball wird länger und länger. Und landet bei Mayela. 92. Minute. 3 zu 3. Was für ein Wahnsinnsspiel. Und Paolo Mayela setzt dem Ganzen die Krone auf. Und wenig später ist dann auch Schluss. Münster-Patz in Lippstadt. 3 zu 3. Endet die Partie. Trotz eines zwischenzeitlichen Comebacks.